Exempel auf Beleining auf Wegtückelze Röhr 4 Tommer Material A106 Grade B Stückefaktor R1,0, da betür ich hier ein Zümel ist Röhr Konstruktionsdruck P40 Bar Konstruktionstemperatur TR400 Grad Celsius Walzetoleranz R0,24 Millimeter Okursions Tilex Galvere 2 Millimeter Der Teil hat Röhrer oder wie sie hat Röhrerbestau auf Geometrie, Material und Physik Geometrie D4 Tommer Wir haben einen speziellen Diameter, den wir finden Walzetoleranz 0,24 Millimeter Rtb Okursions Tilex 2 Millimeter Rc Material A106 Grade B E 1,0 Physik PR40 Bar TR 400 Grad Celsius Das haben wir rein und die Fahrenheit Till zwar der 752 Grad Fahrenheit Formeln finden wir die Wegtückelze Bis dann Wegtückelze Die Hinholdt till ANSI B31.3 Till der Spelling SE Da sehe ich wie Pro Tabell weggelegt G H Sehe ich pro die Seite G H Da finde ich wie Material verdierter A106 Grade B 750 Grad Fahrenheit Das soll der 3. KSI So, da betür SE Der 3. KSI Zum Tilsfahrer 89,1 Newton per Millimeter Per Point Die andere So, da betür Till der Spanning SE 89,1 Newton per Millimeter Per Point Die andere Folge Tabelle Wedlegg G O So, nöt wenn die Wegtückelze T M Das ist ja eine Tückelze Wie Handleger T plus C plus T W Und T Wo wir ein üt Etter Formel 1 Eller Formel 2 Da würden wir mit Formel 1 Ü Faktor E Formel Etter Weg Position E Da Ja Wir haben Temperaturstörer 250 Grad Fahrenheit Davor wie Ü 0,4 Ja Ütere Diameter Das sehen wir Pro W I Da habe ich Informationen um Störer Jetzt wir Snacken um D 4 Tommer So habe ich 4,5 Tommer Ütere Diameter 4,5 Gange Spür 5,4 Davor Davor 14,3 Millimeter P Er 40 Bar Da Reingeht 1 Bar Er 0,1 Nüten Per Millimeter Davor wieder 4 Nüten Per Millimeter Davor die Andere Konstruktionsdruck Und dann Da haben wir Liegungen Wo alle diese Verdien Wir haben Funden Und Da haben wir rein mit T Eter Formel 1 Er 2,5 2 Millimeter So Formel 2 Wir drehen Weck Formel So H Da habe ich Einen Innen Diameter So mein Resultat Auf Wecktückelse Ich Wege Wecktückelse Etter Tabell Wedlegg CDI Schedule 30 Der Wecktückelse So finde ich Verdi TR 0,2 3 Tommer 6 Millimeter So Jetzt Wir haben 6 Millimeter So Wir Indere Diameter D So Wir Drängen Formel 2 Da 100 2,3 Millimeter Da Haben wir Alle Parameter Wir Drängen Formel 2 Und Davor Wir So Resultat T 2,45 Millimeter So Ich habe Minst Auf Verdien Wir Findet I Diese To Formel Da Minst Minst Verdien 2,45 Millimeter Oder Oder Schreiben Net Dann Nötvendige Wecktückelse So Röhre Wie Schöper Man Wecktückelse Tils 4,69 Millimeter No Wecktückelse No Wecktückelse Wecktückelse Und Da Wecktückelse 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 6 Millimeter Wie Er sagt Röhre Diameter Pistole Röhre Zerschnitt Pistole Geometrie Da Ich D 4 Ton In Wecktückelse Finde Wir Informationen Um Was Betückelse Die Realitäten Da Wir In Wecktückelse 0,24 Millimeter Und Wir Definiert In Geometrie Da Material Definiert A 1,0 Betückelse So Physik P 40 B Zum Ziel Zwar 4 Newton Per Millimeter Temperatur 400 Grad 750 Grad Fahrenheit Da Bestimmt Wie Wecktückelse Wir Bestimmt T Alle Andere Elemente Bestimmt Formel 1 Formel 2 Formel 2 T 2 Da Formel 1 T 1 U E E E D E I Da Eine Bereinigung Wie Lage Will Handle T Minst 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 5